Diese ganze E-Mobilität, das ist nichts was, wo ich jetzt Hurra schreien würde. Ich würde schon gern pünktlich zuhause ankommen und da nicht irgendwo stehen sagen Das muss ich erstmal noch eine Stunde laden, bevor ich nach Hause fahren kann. Ich würde ja gerne mal so einen e-Lkw fahren, weil dann hast du den direkten Vergleich, um zu sagen, ist es sinnvoll oder ist es Grütze? Mercedes-Benz. Trucks you can trust.